Herzlich willkommen hier zurück bei Alphatrading. Heute soll es mal um die technische Analyse gehen und dieses wird ein sehr ausführliches Video, ein Video mit dem all das Wissen von der technischen Analyse gedeckt sein wird. Es wird ein ganzer Kurs und ohne groß drum zu reden fangen wir also direkt mal an. Wir sehen hier bereits einen Chart und natürlich müssen wir jetzt aber einteilen für die Leute die auch schon etwas weiter sind oder ganz am Anfang deswegen blenden wir hier Timesteps ein und dort könnt ihr dann schauen wo ihr denn schon seid welche Erfahrungen ihr bereits habt und könnt euch daran orientieren. Wir fangen jetzt auf jeden Fall mal an wie denn so eine Kerze funktioniert und arbeiten uns dann immer tiefer in die technische Analyse rein und genau ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und dass ihr schön was lernt. Fangen wir auch direkt mit dem Aufbau der Kerze an. Ich habe euch jetzt hier mal eine kleine Grafik eingefügt damit ihr auch wirklich versteht wie denn so eine Kerze aufgebaut ist, denn viele Neulinge an der Börse müssen natürlich auch erstmal verstehen wie das so funktioniert wie diese Grafiken funktionieren und fungieren und wie sie uns grafisch auch darstellen und helfen können unsere Trades einzugehen und so eine Grafik ist natürlich immer super einfach jetzt zu erklären ist auch schon bereits beschriftet ich zeichne euch das mal ein wir sehen hier eine grüne und eine rote candle eine Kerze und das bedeutet eigentlich ja für grün long long bedeutet nach oben also steigende Kurse und rot short also fallende Kurse und somit können wir also sagen die Kerze die hier long ist ist die grüne die positive Kerze und die die negativ ist ist die rote Kerze so weit so gut was wir dann noch stehen haben sind natürlich das open slow und das close und das high was bedeutet das das bedeutet so viel dass hier die kurseröffnung war das open der kerze das low ist das tief der kerze das ist der tiefste punkt wo die kerze bisher war und im endeffekt können wir so sagen dass die kerze hier in diesem bereich auch mal rot gewesen ist allerdings bei dem kerzenschluss wir wissen ja es gibt kerzen von einer minute bis zu vier stunden auch ein tageschart wochenchart also das ist immer unterschiedlich wie man sich das einstellt hauptsache ist dass wir erstmal verstehen wie das ganze funktioniert und somit wissen wir also dass hier diese kerze mal rot gewesen ist allerdings hier käufer reingekommen sind und nun der kurs wieder hoch gedrückt wird bis hier hin denn hier oben genau das gleiche hier war das high der kerze also das hoch wissen wir hier kam wieder ein bisschen verkäufer rein oder gewinn mitnahmen das kann man natürlich so nicht sagen allerdings ist das hier der bestätigte preis bereich nennen wir das hier und somit ist das hier der kerzen körper dieser bereich ist bestätigt und das hier sind die dochte die lunden nennt man das auch diese sind unbestätigt beziehungsweise abgelehnt und genau so ist es natürlich wenn wir hier im grünen kerzen bereich öffnen wissen wir hier war das opening nehmen wir einen 5 minuten chart sagen wir an die 5er kerze also diese kerze sind 5 minuten nehmen wir an wissen wir hier hat es vor 5 minuten geöffnet und hier hat es nach 5 minuten geschlossen genauso ist es andersrum bei der roten kerze hier war das opening nach 5 minuten war hier der close bedeutet wir sind runter gefallen hier sind wir gestiegen soweit so gut die sachen bleiben gleich hier ist das hoch der kerze gewesen hier ist das tief der kerze im endeffekt ist das eine bullische kerze bedeutet bullisch bedeutet immer steigend bearisch bedeutet sinkend fallen das liegt daran dass das einfach von den angriffen sage ich mal ist der bulle der geht mit seinen hörnern nach oben der bär der attackiert mit seinen kreien von oben nach unten und somit können wir uns das schon mal merken und das ist jetzt auch sehr wichtig für die weiteren ja informationen jetzt kommen werden ich hoffe das hat jeder soweit verstanden ja machen wir uns doch direkt noch mal ein paar beispiele im chart wie denn diese kerzen funktionieren und nach der erklärung eben denke ich mal wird das jetzt jeder ja verstehen und auch sehen trotzdem machen wir hier doch noch mal ein kleines beispiel und schauen uns doch mal an was wir daraus entnehmen können wir sehen wie eben gerade im beispiel gezeigt und besprochen diese kerze oder beziehungsweise jede kerze hat einen bestätigten körper und auch lunden beziehungsweise dochte natürlich gibt es auch mal kerzen die haben gar kein doch das ist natürlich sehr selten es gibt aber auch kerzen die haben ein doch nur in eine richtung wie diese hier zum beispiel und kein doch dann der anderen seite das ist natürlich immer unterschiedlich es kommt natürlich auch darauf an wie denn das momentum ist darauf kommen wir noch irgendwann später darauf zu sprechen oder wie denn ja die käufer oder verkäufer dann in den markt reingekommen sind ob da keine chance mehr war zum beispiel hier in diesem beispiel den preis runter zu drücken somit hier ein doch zu bilden und ja zu verkaufen also wie funktionieren jetzt diese kerzen wir sehen wir hatten in diesem beispiel diese rote kerze nehmen wir uns mal hier und wir sehen diese rote kerze kam stark nach unten allerdings wurde im laufe der zeit wir sind hier im 5 minuten chart die kerze hochgedrückt 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 bis sie zum schlussguss hier oben war und nur noch diesen kleinen bestätigten preisbereich hatte dann war das opening der anderen kerze hier oben weil die preise laufen diagonal das heißt die auktionen die an der börse durchgeführt werden die laufen diagonal von unten links nach oben rechts das wird irgendwann mal später in eine video reihe kommen allerdings ist jetzt erstmal zu verstehen dass es immer einen kleinen abstand davon gibt wenn natürlich die preise anders ausgeführt werden es gibt natürlich auch hier in diesem beispiel dass der close von der roten kerze ist hier und das opening der grünen ist genau auf demselben preis mehr als zwei preise im unterschied gibt es in den relativ dicken märkten nicht das kann natürlich dazu kommen wenn wir uns in einem sehr dünnen markt befinden wie zum beispiel dem nestek oder so allerdings ist dieses beispiel jetzt erstmal vereinfacht gezeigt und wir schauen uns also das genau an wir sehen wir haben also hier dann diese grüne kerze gebildet wir sind nach oben gekommen hier war der schlusskurs und wir sehen einen tick oder zwei tics darüber war der eröffnungskurs das liegt dann einfach daran dass dann hier die käufer eingekommen sind es kann auch sein dass der eröffnungskurs hier war die kerze erstmal runter gekommen ist und dann sind wir nach oben gestiegen würde auch den dort erklären das wissen wir jetzt natürlich nicht allerdings ist jetzt erstmal zu verstehen wie denn wirklich so eine reihenfolge ausschaut und was sie dann sehen konnten das hier war der bestätigte preisbereich wie ich vorhin gesagt hatte wir zeichnen uns das nochmal ein und wir hatten hier oben geschlossen hier oben weil wir eine grüne eine bullische kerze haben bedeutet hier war der eröffnungskurs hier war der schlusskurs automatisch ist also der öffnungskurs von der anderen kerze hier und der schlusskurs war hier öffnungskurs von der anderen wer hier schlusskurs war hier genauso wie der andersrum öffnungskurs war hier oben schlusskurs hier unten eröffnungskurs hier unten schlusskurs hier oben ich denke das hat jetzt jeder verstanden und somit ist das ganz einfach zu sehen wie gesagt die dochte sind dann einfach nur die abgelehnten preisbereiche wo die kerze mal in dem bereich war und somit spiegeln die uns natürlich hilfreiche ja grafische details wieder die wir noch verwenden können und die wir auch noch verwenden werden hier in diesem video allerdings denke ich hätte jetzt jeder mal verstanden wie denn so ein aufbau von so einem kerzenchart funktioniert und dann würde ich sagen gehen wir jetzt auch direkt mal an die technische analyse ran und verwenden das ganze doch mal ja nummer eins ist jetzt wie wir das schon mal in einem video gemacht haben wenn ihr das richtig ausführlich haben möchtet dann schaut doch einfach mal an das video was ich euch jetzt hier rein verlinke wir werden das hier trotzdem nochmal besprechen denn es ist natürlich immer gut ein paar weitere beispiele hinzuzufügen und diese strategie beziehungsweise dieses pattern nennt sich einfach higher lower higher lower ist einfach dazu da um einen trend zu identifizieren und zu schauen wo denn die besten einstiegsmöglichkeiten für uns sind und sich ergeben und ich habe uns jetzt mal hier ein paradebeispiel von einem higher lower eingezeichnet und ich werde euch gleich mal erzählen wie genau dieses denn funktioniert beim higher lower ist es auf jeden fall so dass wir erstmal einen trend haben möchten und wir müssen diese in die identifizieren und in diesem beispiel ist es jetzt ein short trend wie wir hier mal sehen zeichne ich uns das mal kurz ein damit auch wirklich jeder erkennen kann dass wir hier einen short trend haben und anhand dieses higher lowers können wir jetzt unsere position beziehungsweise unsere trades eingehen und schauen wo denn das risk management am besten ist wie funktioniert das ganze ein higher lower bedeutet eigentlich nur dass die hochs oder die tiefs immer wieder gebrochen werden und die tiefs oder die hochs als resistance zone dienen bis diese dann wieder gebrochen werden und solange diese nicht gebrochen werden sondern immer als support dienen ist es halt einfach so dass der trend weiter fortgeführt wird ich zeige euch das jetzt hier mal in diesem beispiel wir haben hier oben das higher high beziehungsweise das lower high und das lower low das ist immer so wenn wir jetzt von einem downtrend sprechen also ein trend welcher nach unten geht sagen wir lower low und lower high beim trend der hoch geht ist es ein higher high und ein higher low und hier haben wir dann ein lower high wieder gebildet das heißt wir haben hier dieses hoch diesen pullback nennen wir das auch und hatten hier dann wieder diese bewegung diese short bewegung wo wir dieses tief gebrochen haben dann sobald wir dieses tief gebrochen haben und auch wirklich diesen preisbereich bestätigen bedeutet die kerze der kerzenkörper schließt hier drunter bestätigter preisbereich wie wir das eben gerade hatten ist dieses nun das neue lower low und dieses hier das lower high somit die dieser preisbereich hier könnte natürlich auch weiter drunter sein als resistance zone und ablehnungs zone wie wir dann auch hier gesehen haben wurde hier erstmal der preis wieder abgelehnt wir hatten hier wieder ein hoch gebildet hier haben wir es nicht geschafft runter zu brechen allerdings haben wir es auch nicht geschafft hoch zu brechen und hatten dann wieder die korrektur nach unten bis wir dann hier wieder dieses lower low gebildet haben und somit dient dann hier dieser preisbereich in dem wir akkumuliert haben als ablehnungs zone was wir dann auch wiederum hier sehen abgelehnt und dann sind wir wieder durchgebrochen haben wieder hier unten bestätigt es lässt sich sagen sollten wir dann einmal eine resistance zone brechen wird es dann auch so sein dass der trend sich wendet das zeige ich euch jetzt auch gleich was ich meine denn es ist genau hier passiert wir hatten hier nochmal diesen pullback haben hier wieder diesen preisbereich abgelehnt sind nochmal drunter gebrochen und haben dann hier akkumuliert was das bedeutet und was wir hier hätten traden können das kommt auch gleich nochmal allerdings wäre dann unser ziel was hätte durchbrochen werden müssen hier unten logischerweise und unsere resistance zone hier oben allerdings haben hier diesen preis durchbrochen haben hierüber bestätigt und wir sehen sogar als wir dann hier runter gekommen sind und das abgelehnt haben das nennt man auch ein pullback hatten wir hier zack ein starkes momentum also einen starken durchbruch nach oben und somit wissen wir dass das meistens zu einer trend wendung führt bedeutet also wenn wir hier so ein higher lower sehen dann wollen wir uns ja mit hilfe von unseren linien oder ja grafiken die wir uns einzeichnen können am besten markieren wo denn wirklich diese resistance zonen sind so wie ich das hier gemacht habe als beispiel zeichnen wir uns das hier nochmal ein wir nehmen uns dann ja zum beispiel diese trend linien und zeichnen uns dann einfach ein wo denn immer diese tief sind die wir sehen möchten die gebrochen werden und wo dann diese ja hoch sind die dann im endeffekt als resistance dienen wäre hier jetzt das hoch gewesen wäre dann hier die resistance zone nehmen wir also an wir sind hier in diesem downtrend haben wir hier die resistance zone wird nicht gebrochen genauso wie wiederum hier wird auch wieder nicht gebrochen und das können wir so lange fortführen bis es dann hier mal gebrochen wird und wir dann hier sogar einen wunderschönen breakout haben dazu kommt dann auch noch mal irgendwann ein video allerdings ist das bisschen tiefer in die thematik und erfordert doch ein bisschen mehr erfahrung ja soweit hier zu diesem higher lower ich mache euch noch mal ein kurzes kleines weiteres beispiel und dann sehen wir uns gleich wieder so ein zweites beispiel hier mit dem higher lower ich habe uns jetzt extra mal ein bisschen schwieriges beispiel herausgesucht und da fangen wir doch jetzt direkt mal an jeder der hier mal selber machen möchte und selber schauen möchte wie er das denn jetzt ja anhand seines kenntnis also seiner kenntnisse sehen würde kann auch jetzt mal kurz das video pausieren und einfach mal für sich selber gucken wie er das einzeichnen würde und dann schauen wir mal beziehungsweise kannst du ja schauen ob du da noch ein bisschen was zu verbessern hast oder ob das schon sehr gut so ist fangen wir so direkt an wir hatten hier oben konsolidiert das heißt wir haben ja akkumuliert und gesammelt einen fairen preisbereich gebildet hier oben und hatten dann aber einen durchbruch hier unten und dann ging dieses higher lower eigentlich los hier und was wir dann also nehmen möchten ist hier dieses low hier diesen pullback in die mitte dieser zone ist auch noch mal wichtig wird zur thematik breakouts auch noch mal ein video geben was auch sehr lang und sehr ausführlich gehen wird da könnt ihr dann jetzt schon mal ein paar sachen daraus entnehmen und speichern und empfangen wir so direkt an wir sehen also jetzt hier haben wir dieses lower low gebildet und das higher low das lower high meine ich hier hatten wir wieder diesen durchbruch und den bestätigten preisbereich und hier hatten wir wieder den pullback hat uns aber nicht geschafft diesen preisbereich durchzubrechen dann haben wir hier wieder den durchbruch durch diesen preisbereich und hatten hier dieses tief man könnte auch dieses tief hier nehmen allerdings hatten wir den pullback der wurde wieder schnell gebrochen ich zeichne euch das nochmal anders ein damit ihr das versteht wir sind hier runter gekommen hatten den pullback sind wieder runter gebrochen somit hätte das hier die resistenz ohne werden können allerdings haben wir dann hier gesehen dass hier nochmal kurz der durchbruch kam und dann doch weiter verkauft wurde und somit würde ich diesen preisbereich hier unten definieren und den anderen wieder hier somit haben wir also wieder das schöne muster was wir dann gleich wieder anwenden können hier den preisbereich den wir durchbrechen wollen durchbrechen ihn kommen wieder zurück keine preis akzeptanz hier oben die wäre dann hier bestätigte preisbereich manche nehmen auch die lunden ich nehme immer den bestätigten preisbereich bis wir wieder zum durchbruch kamen und hier wieder den preisbereich nicht gebrochen haben so ging es dann weiter wir schauen uns dann mal an was da passiert ist es ging weiter runter immer weiter dieses higher lower gebildet bis wir dann irgendwann hier diesen bereich durchbrochen haben und dann kam auch das starke momentum also können wir uns eigentlich ja merken immer wenn dieses higher lower oder lower higher gebildet wird im hochtrend nach unten dann oder im short trend bzw abverkaufstrend nach oben kommt immer das momentum in die gegengesetzte seite das könnt ihr selber mal nachschauen natürlich an den futures märkten an den fair gehandelten produkten an der börse und dann werdet ihr sehen was logischerweise natürlich immer das gleiche passieren wird eine kontextwendung es ist dann auch in diesem fall passiert und zeichnen uns hier also das direkt nochmal ein mit hilfe von unseren trendlinien damit wir das auch jeder noch mal ganz genau sehen kann und das geht relativ einfach wenn man da natürlich übung hat zeichnen uns das hier ein immer bis zum bestätigten preisbereich und im schauen dann mal wie wir das also dann immer einzeichnen könnten auch damit ihr das in euer training beziehungsweise trading mal integrieren könnt und dann sehen wir natürlich ist es immer super schön und super einfach einzuzeichnen das ist auch das schöne an der strategie im trading sind meistens die sachen die funktionieren die einfachsten und nicht die sehr komplizierten mit 10.000 indikatoren natürlich ist es auch wichtig ja die level 2 daten richtig zu verarbeiten aber das lernt ihr ja bei uns in der ausbildung und somit könnt ihr mit hilfe von so einer chart analyse auch die level 2 daten besser verarbeiten und dann noch besser und noch wahrscheinlicher die trades mitnehmen und dann wie wir also jetzt hier sehen können ich habe uns das mal hier langsam ja eingebaut dann sehen wir immer das gleiche muster immer hier unten durchbrochen unten durchbrochen und durchbrochen und das geht natürlich die ganze zeit so weiter bis wir es dann hier wieder gebrochen hatten sollte jetzt klar sein jeder sollte es jetzt verstanden haben bei fragen schreibt in die kommentare ansonsten übung macht den meister schaut in die vergangenheit schaut ja ob ihr da schon mal sowas erkennen könnt und auch live an den märkten wenn sich sowas bildet kann man das immer schön mitnehmen sei es jetzt anhand von einem channel was gleich auch noch kommen wird können wir sowas immer super super train und ist auch super empfehlenswert wenn wir uns dann natürlich noch anderweitig bestätigen lassen und somit würde ich sagen gehen wir jetzt auch direkt zur nächsten sektion ein weiteres beispiel beziehungsweise ein weiteres pattern was wir auch benutzen können um in den markt reinzukommen natürlich nicht nur durch das pattern aber auch durch die level 2 daten richtig zu verarbeiten ist das double top oder das double bottom ich werde euch jetzt kurz erstmal einzeichnen und erklären wie die logik funktioniert bevor ich dann am chart zeige wie es dann entsteht weil es am chart dann doch etwas schwieriger ist als in der theorie es einfach so zu erkennen ein double bottom ich zeichne euch das hier mal kurz ein ist ein sogenanntes ja reversal beziehungsweise eine ablehnung aus einem trend bedeutet wenn wir jetzt hier einen trend haben welcher immer runter geht immer runter geht immer runter geht wie wir es eben gerade besprochen hatten zum beispiel ein lower higher und das in einem downtrend wollen wir sehen dass hier in diesem preisbereich dann ich zeichne uns das mal als kerzen ein eine kerze reinkam und dann hier auch mal ein tief gebildet worden ist anhand von schatten sollte dann diese kerze ja im verlauf dann weiter hier nochmal abgelehnt werden und dann wieder grün werden und sozusagen erstmal wieder eine kleine resistance aufbauen dann wieder runter kommen wollen wir hier sehen und zwar in diesem preisbereich wo die lunte ist dass sich wieder käufer ja reinkommen und verstärken und sollte dann die lunte erstmal hier reinkommen dann wieder abgelehnt werden und dann wieder hoch kommen ist das dann sozusagen unser double bottom weil wir hier sehen okay hier ist eine zone an welcher wirklich gut ja unterstützt wird und wo auch wirklich die käufer reinkommen und das könnte dann auch sehr oft als ja trend wendung dienen und somit wissen wir wenn dieses hoch hier gebrochen wird was es dann sehr wahrscheinlich wird dass wir eine kontext wendung haben wir können dann auch die breakouts hier rüber traden die dann sage ich mal hier hoch gehen und die nehmen wir dann schön mit oder wir benutzen diese zone hier diesen preisbereich den wir jetzt nun haben hier als support bereich sollte diese kerze wieder runter kommen als pullback den wir dann nach oben traden können und somit ist das in der theorie so wie ich das jetzt gerade erklärt habe sehr einfach zu erkennen bedeutet wir warten auf den trend der sich bildet und schauen dann einfach wo denn hier so ein double bottom oder double top das geht natürlich auch für die andere richtung gebildet wird und schauen dann einfach wann die käufer oder die verkäufer im anderen fall im stark genug sind um dieses hoch oder tief wenn wir hier in tief bilden im anderen fall zu brechen und einfach zu schauen wie dann der kontext sich wendet und dann die trades entweder hier als breakout zu nehmen oder als ablehnung aus dieser ja früherigen resistance zone beziehungsweise gesetzigen support zone denn ich nenne diese zonen eigentlich ungern so denn es sind eigentlich business zonen nennt man das wenn man wirklich retail trader ist und dort wird dann gehandelt und dort können wir diesen pullback dann entweder nehmen oder den breakout durchnehmen und suchen wir uns jetzt also direkt mal ein paar beispiele raus die wir im markt sehen können die auch schon passiert sind und dann probiere ich euch das nochmal ein wenig besser und detaillierter zu erklären also bis gleich ja haben wir auch direkt jetzt ein beispiel gefunden die uhrzeit ist jetzt suboptimal wir sehen es ist in der nacht gewesen um 2.40 und ja da handeln wir natürlich nicht es geht jetzt allerdings ja um die chartanalyse und wie das denn jetzt so ausschaut wir suchen uns gleich noch mal ein anderes beispiel raus jetzt sagen wir erstmal wie das jetzt wirklich aufgebaut ist wie eben gerade schon gesagt wir haben also diesen bereich hier oben den wir nun abgelehnt haben und wir wollen in diesem preisbereich sehen dass wenn wir dort wieder hinkommen dieser abgelehnt wird wir hatten dann also hier diese support zone die dann auch wieder gehalten hat und somit könnte es also auch sein dass wir rangen bedeutet in einem fairen preisbereich handeln als wir dann hier oben hingekommen sind und wir gesehen haben dass hier zweimal abgelehnt wird anhand dieser dochte hätte man er noch entweder hier reingehen können und das erstmal runter trainieren können bis hier unten hin allerdings ist das natürlich gefährlicher oder wir hätten wie ich eben gerade gesagt habe den breakout train können und zwar hierdurch wir sehen sogar welche die bei uns in der ja in der ausbildung sind sehen jetzt ein wunderschönes setup auch die level 2 daten würden in diesem beispiel passen was ich ja auch noch gesagt habe ist dass diese zone dann hier die früher als resistance zone hier unten beziehungsweise support zone gedient hat ist nun eine resistance zone heißt wir hatten hier diesen pullback und als wir hier reingekommen sind sind auf einmal keine käufer mehr drin sondern die verkäufer werden aktiv und somit können wir hier den breakout nehmen und die ablehnung aus diesem pullback raus und haben somit schön zwei trades die wir mitnehmen können wie ich das eben gerade besprochen habe beziehungsweise erklärt habe und das hier ist wirklich ein parade beispiel lasst euch davon nicht blenden das ist im markt nicht immer so allerdings kann man das schon öfters finden das könnt ihr wie gesagt auch gerne mal analysieren und researchen und dann werdet ihr sehen das tritt schon sehr oft auf und ja genau ich suche euch nochmal ein weiteres beispiel raus und dann schauen wir mal was wir daraus entnehmen können allerdings denke ich der aufbau sollte relativ klar sein und ja das was ich eben gerade gesagt habe bewahrheitet sich natürlich auch genau also bis gleich ja nehmen wir uns auch direkt ein zweites beispiel zur hand ich habe jetzt bewusst mal ein bisschen ein schwierigeres zu erkennen genommen das liegt natürlich daran dass ich auch möchte dass ihr wisst dass es nicht immer nur einfache beispiele gibt es gibt auch versteckte chart patterns die wir nicht direkt sehen können und wo wir auch wirklich erfahrung brauchen um diese wirklich einzuschätzen und deswegen habe ich uns jetzt mein ja etwas sehr schweres rausgenommen allerdings werdet ihr gleich wenn ich das jetzt erkläre genau dasselbe muster feststellen können und es wird euch auch sehr logisch vorkommen fangen wir also direkt mal an wie wir es schon die ganze zeit gemacht haben ich zeichne uns das direkt mal ein und wir sehen also hier unten hatten wir diesen abgelehnten preisbereich so was wir also wieder sehen möchten ist natürlich dass dieser preisbereich weiterhin abgelehnt wird jetzt ist in diesem beispiel tricky dass wir natürlich hier drunter geschlossen haben somit wäre es eigentlich gegen das regelwerk allerdings haben wir auch gesehen dass hier trotzdem weiterhin abgelehnt wird anhand der dochter jeder der natürlich weiß wie das funktioniert beziehungsweise wie solche kerzen aufgebaut sind weiß natürlich auch durch den anfang des videos dass hier die ganzen käufer trotzdem noch mal rein kamen und den preis immer weiter hoch gedrückt haben somit sehen wir dass hier in diesem preisbereich trotzdem noch käufer aktiv werden und wir wollen dann natürlich schauen was dann passiert deswegen sage ich auch also in dem beispiel davor dass diese ablehnung aus diesen zonen trotzdem etwas gefährlicher sind als die breakouts die danach entstehen was dann passiert ist der preis ist dann nach oben geschossen und wir sehen wie ich gesagt hatte haben wir hier über diesen preisbereich wieder einen breakout was wir eben gerade in diesem beispiel hatten die zone aus dem der breakout dann entstanden ist die abgelehnt wurde ist dann natürlich auch wieder statt resistance jetzt als support zone zu erkennen und wir können uns paar kleine skype hier also skype sind kurze trades nehmen die wir dann bis hier oben hin gehalten hätten natürlich muss man sagen dieses beispiel ist sehr sehr schwierig zu erkennen und es geht auch zu sagen dass es nicht immer hundertprozentig aufgeht allerdings ist es trotzdem ja einfach mit ein wenig erfahrung dieses zu erkennen und es funktioniert immer gleich generell die chart patterns funktioniert immer gleich und im somit helfen sie uns natürlich dabei visuell und grafisch besser unsere einstiege kennzeichnen zu können und wenn ihr euch das jetzt mal öfters anschaut selber mal ein bisschen nachguckt werdet ihr immer das gleiche muster erkennen wir lehnen hier erstmal wie gesagt zwei mal unten ab bedeutet hier kommen die käufer oder verkäufer rein sei es jetzt in einem anderen beispiel wenn jetzt hier oben die zone wäre kommen die dann rein die partei es gibt diesen breakout und die resistance zone von hier oben wird dann zu support zone wo dann erstmal die käufer hier wieder rein kommen und sowas ist ganz einfaches marktverständnis ganz einfach marktlogik und dieses wollen wir uns natürlich zu nutzen machen dadurch dass das natürlich sehr viele handeln nur dass wir noch weitere vorteile wie die level 2 daten benutzen um natürlich noch höhere wahrscheinlichkeiten zu erzielen so also gucken wir uns auch direkt noch ein weiteres chart pattern an bis gleich ja das nächste chart pattern ist die sogenannte range beziehungsweise akkumulationszone sammelzone das hat ganz viele begriffe und im endeffekt spiegelt es eine ganz bestimmte sache wieder einen fairen durchgehandelten preisbereich wie definieren wir diesen wie schaut diese aus und was müssen wir dort beachten das erkläre ich euch jetzt bevor wir kurz wieder an den chart gehen ihr wisst wie das machen ich zeichne euch das erstmal kurz ein erkläre wie die logik dahinter ist und dann suchen wir uns zwei beispiele am chart aus und fangen wir also direkt mal an in der marktlogik schaut es so aus dass wir natürlich immer käufer und verkäufer haben und diese können natürlich auch mal trendig sein oder ja seitwärts und genau dieses seitwärts dieser seitwärts trend ist dann eine range im trend haben wir natürlich immer hier diese bewegungen können auch mal anders sein aber im endeffekt haben wir einen trend der sich fortführt in einer range ist es anders in einer range ist ein fairer preisbereich der durchgehandelt wird das heißt wir sehen mit kleinen abschränkungen natürlich dass und immer mehr käufer reinkommen und oben mehr verkauf wird bedeutet natürlich wir schauen was wir dort reden können und wie dieses aufgebaut ist und im endeffekt können wir sagen dass es einfach aufgebaut ist das ist das einfachste zu erkennen und genau deswegen ist es auch so effektiv zu trainieren wir nehmen uns jetzt mal einen preisbereich welcher als support dient und einen preisbereich welcher als resistance dient und in diesem preisbereich wollen wir einfach sehen dass sich die käufer hier unten stabilisieren sobald der preis hierhin kommt und sobald der preis hier oben kommt sich die verkäufer stabilisieren bedeutet der preis wird eigentlich hier so ping pong hin und her gespielt und entweder können wir uns natürlich hier oben an den kanten positionieren und unten an den kanten positionieren oder wir erhoffen uns die breakouts die wir dann auch traden möchten und wie das ganze dann in der praxis im chart ausschaut das zeige ich euch jetzt und was wir dann dort machen und traden können das zeige ich euch ebenfalls jetzt bis gleich so dort haben wir jetzt direkt auch ein beispiel gefunden ich werde euch jetzt erstmal wie gesagt die zum einzeichnen die ich eben gerade definiert hatte das sind einmal die support und resistance zonen support ist natürlich unten für die longs und resistance oben für die shorts das können wir uns ganz einfach mit hilfe von tools einzeichnen hier in diesem programm und nehmen wir also direkt diesen bestätigten preisbereich wir nehmen immer den bestätigten preisbereich und ziehen uns den an einen logischen punkt mit hilfe vom volumen können wir natürlich noch viel genauere und präzisere analysen einzeichnen das allerdings lernt man nur in unserer ausbildung wenn du interesse hast kannst du dich gerne auf unserer internetseite bewerben so schauen wir uns also auch direkt diese support und resistance zonen an ich habe hier unten mal die zone eingezeichnet in der wir uns die longs suchen würden und oben ist noch einfacher zu erkennen die zone wo wir uns die shorts suchen würden somit sehen wir hier in diesem live beispiel das wie ich eben gerade gesagt hatte hier unten in diesem preisbereich wo die ganzen doch die hier zu sehen sind die käufer rein kamen und den preis immer wieder nach oben gedrückt haben genauso ist es hier oben der preis wurde immer wieder von den verkäufern nach unten gedrückt bis es dann zu einem breakout kam was wir also hätten traden können sind natürlich hier in diesem preisbereich die ablehnungen die zeichne ich euch jetzt noch mal kurz ein damit auch jeder versteht wie man die hätte traden können wir sehen hier mal diese großen lunden und das ist natürlich ein indiz dafür dass dort stark reingekauft wird es gibt dann verschiedene setups das bringen wir auch wie gesagt bei uns in der ausbildung bei wo man dann auch hier in den markt rein kommt um dann wirklich diese schönen trades bis entweder hier oben hin zu traden oder sogar den breakout mitzunehmen auch in unserer ausbildung ist ein setup enthalten wo man hier diesen breakout hätte nehmen können das sehe ich jetzt schon und somit wissen wir also dieser faire preisbereich der hier gehandelt wurde ist eine superschöne range die uns dann auch wirklich superschöne möglichkeiten bietet ja trades mitzunehmen in allen möglichen bereichen sei es ablehnung oder breakouts und somit würde ich sagen suchen wir uns noch ein zweites beispiel raus und dann schauen was ihr dann noch entnehmen könnt ja und jetzt haben wir ein bisschen schwieriges beispiel rausgesucht wie wir das schon bei den früheren beispielen gemacht haben wir können uns das mit zwei genauer anschauen und denkt immer mit was fällt euch da auf was habt ihr bereits gelernt und was ist jetzt neu für euch schreibt euch das auch auf weil das ist interessant zu wissen kurz vorab wir sehen wir kommen hier aus einem schönen downtrend wir haben hier auch wieder so ein lower higher gebildet beziehungsweise higher lower und wir sehen also immer wieder dieses schöne muss was gebrochen wurde nur dass ihr wisst so was passiert oft im markt als wir dann hier relativ akkumuliert haben haben wir dann eine zone gebildet die sich range nennt das habe ich euch ja eben gerade schon gesagt und dann jetzt geht es zu definieren wo denn die resistance zonen und support zonen sind wie können wir das definieren wir schauen uns also an wo denn hier die dochte sind und wo die preis ablehnung sind und wir sehen hier sind wir untergebrochen und hier ist ein schön großer doch und noch ein doch daneben hier kamen käufer rein in diesem bereich wir wollen also schauen was passiert hier genau in diesem bereich wir müssen jetzt natürlich nicht unbedingt bis zum letzten punkt hier von dieser spitze anziehen aber es reicht wenn wir sage ich mal die hälfte benutzen und dann müssen wir schauen wo wäre er denn jetzt die potenzielle ja resistance zone wo er dann wieder erstmal ablehnen würde das wäre natürlich hier diese zone wo dann diese beiden dochte kamen wo der breakout durch kam und genau dort hat er dann auch abgelehnt somit können wir uns dann nachdem dieser preisbrächer abgelehnt wurde eine schöne zone einzeichnen die wir dann im nachhinein auch nochmal hätten trainen können was auch hier nochmal der beweis dafür ist hier schön short mitzunehmen was wir also noch wissen wenn wir ein support oder resistance level brechen wendet sich das und wird dann automatisch zu support oder resistance bedeutet wir brechen hier runter mit einem breakout und diese resistance beziehungsweise die support zone die dann immer wo die käufer reinkam gehalten hat würde jetzt auf einmal wo wir sie wieder antesten zur verkaufszone und wir gehen runter und somit ist es sehr schön zu wissen das passiert auch sehr oft bei solchen breakout wir warten hier schön auf solche pullbacks oder generell andere daten die wir verwenden können ich kann jetzt leider nicht zu viel verraten denn das zeigen wir in der ausbildung allerdings ist es ja sehr einfach zu erkennen wo man hätte long gehen können und wo wir hätten short gehen können und zwar hier oben an diesen beispielen und das ist einfach eine reine marktlogik der range sammelt der markt sammelt unten kommen mehr käufer rein oben mehr verkäufer wir haben einen fairen preisbereich wir wollen uns also möglichst da positionieren wo es logisch für uns ist wo ist es logisch für uns ich sage euch das mal kurz und erkläre wieso es logisch ist oben short zu gehen denn wir sind hier in einem downtrend bedeutet der kontext ist immer noch short wir sehen es kamen schon die verkäufe rein auch diese zone super gehalten und dann wollen wir uns hier einen schönen short suchen dadurch dass der kontext immer noch short ist und somit können wir das beides super kombinieren diesen trend was wir eben gerade schon gelernt hatten higher lowers und diese range um die wahrscheinlichkeiten auf unserer seite zu haben und somit ist das natürlich super zum kombinieren und das hilft super im trading so direkt zum nächsten pattern und das wird auch nochmal super spannend bis gleich so das pattern heißt wedge beziehungsweise dreieck wie die logik dahinter ist und wie dieses ausschaut das zeige ich euch jetzt wie gesagt wir machen es ja immer so wir zeichnen es erstmal ein und dann gehen wir in den markt und es schaut so aus dieses wedge wir sagen wir mal wir haben den trend und dieser trend ist long was dann passiert ist ganz interessant wir bilden eine zone die dann immer kleinere tiefs und kleinere hochs hat was bedeutet das das bedeutet wir haben diese hochs die werden aber nicht gebrochen ebenso wie die tiefs gucken uns das mal an hier wir welchen wieder und wir kommen wieder hoch haben wieder das hoch und wieder das tief ist wird aber nicht gebrochen immer nur angelaufen und das passiert dann bis wir dann sage ich mal ein dreieck bilden deswegen auch wedge oder dreieck was dann so ausschaut und wo wir dann entweder die breakouts traden wollen in kontext richtung oder wo wir uns natürlich hier unten in die kontext richtung rein positionieren wollen weil wir wissen der trend ist unser freund es gibt ja dieses sprichwort trend is your friend und deswegen wollen wir uns dann immer in kontext richtung hier unten an diesen kanten oder bei dem breakout positionieren wie das ganze live im markt wieder ausschaut das zeige ich euch jetzt bis gleich ja das erste beispiel sehen wir hier und zwar ist dieses jahr ein relativ optimales wedge und wir schauen uns dieses mal genau an und analysieren mal was wir hier raus entnehmen können was wir entnehmen können ist dass hier diese tiefs die gebildet wurden und die hochs die gebildet wurden immer nicht rausgeholt werden was bedeutet das bedeutet die stops werden natürlich immer enger nachgezogen und somit wissen wir ok sollte es zu einem breakout kommen werden ganz viele stops fliegen und liquidiert und was wir also dann auch gesehen haben als die partei hier unten gewonnen hat und dann dieser push kam dieser dieser ja starke käufer push kam hier über diesem watch diesem dreieck ein richtig starker breakout wieso war das so weil die ganzen stops die hier drüber positioniert wurden und auch hier drüber noch positioniert waren alle geflogen sind und dann erstmal ein richtig schöner long kontext fortgeführt ist was wir auch erkennen können als sie dann wieder dieses wedge angetestet haben wurde es wieder abgelehnt es ist also wie bei den anderen setups beziehungsweise patterns dass immer der preisbereich der erstmal als resistance oder support gedient hat immer wieder umgekehrt wird und das ist hier nicht anders wir sehen wir kommen raus haben pullback wir lehnen hier wieder diesen preisbereich ab und es geht wieder hoch und dann brechen wir sogar dieses hoch hier oben somit was können wir entnehmen wir können uns entnehmen dass wir uns entweder immer in die kontext richtung positionieren in diesem beispiel hatten wir schon kontext positionieren uns hier oben und gucken was dort passiert oder wir schauen einfach auf den breakout jetzt hier der breakout war in die gegenrichtung deswegen hätten wir nicht genommen wäre hier ein breakout erfolgt wäre die wahrscheinlichkeit auf unserer seite und die logik auch und somit wäre alles super gewesen und dann ist es natürlich sehr einfach zu erkennen weil es einfach ein schönes zeichen ist was wir uns einzeichnen können um dann wirklich zu identifizieren wo wir unsere position eingehen wollen diese wedge diese dreiecke die sind relativ schwierig zu erkennen und da braucht es auch etwas erfahrung ich würde da ja den nestec als markt bevorzugen denn dort passiert das häufiger wenn ihr das mal selber analysieren wollt schaut euch gerne den nestec an dort ist es ja einfacher zu erkennen auch dieses beispiel ist wie wir sehen im nestec und ja schauen wir doch mal ob wir noch ein zweites beispiel finden und noch einige sachen weiter erklären können so hier haben wir noch ein weiteres beispiel von einem wedge wie wir sehen sind wir wieder in einem downtrend wir sehen auch wieder hier dieses higher lower im endeffekt sind es einfach markt typische bewegungen und wenn wir uns dieses wedge hier mal wieder einzeichnen sehen wir und schauen uns mal die tiefs an was denn an diesen punkten passiert ist und bei einem wedge wie gesagt werden diese erstmal nicht rausgeholt bedeutet wir bilden erstmal immer engere tiefs und hochs und wie wir das gesehen haben dieses hoch wurde hier wieder nicht rausgeholt ebenso wenig wie dieses hier und als wir dann dort hier erstmal akkumuliert hatten haben wir gesehen dass der short context und weiter fortgeführt wird und wir hier einen breakout haben und dann genau so können wir uns dann diesen zu nutzen machen indem wir nach einem setup schauen was wir auch sehen würden die die bei uns im kurs sind wären dann sehr wahrscheinlich hier reingekommen genauere details kann ich jetzt wie gesagt leider nicht sagen wenn du das auch lernen möchtest komm gerne in unsere ausbildung rein und somit lässt sich also sagen diese ja dreiecke diese wedge sind natürlich immer sehr super zum train denn wir können uns dann immer an diesen positionieren an diesen hoch und tiefs weil wir wissen das ist jetzt hier die ablehnungszone und wie wir sehen wurde auch ich hier erstmal wieder abgelehnt genauso wie das hier erstmal hier diese ablehnungszone ist und wie wir sehen wurde das wieder abgelehnt denn wir wissen die tief und die hochs werden nicht gebrochen und dort wo akkumuliert wird kommen die käufer wieder rein genauso wie da wo akkumuliert wurde kommen die verkäufer wieder rein und somit können wir uns dann super einfach dort mit positionieren und natürlich auch die breakouts aus diesen kleineren zonen hier auch super mitnehmen hier hätte man wieder ein mitnehmen können und sich sogar noch doppelt bestätigen lassen können also wäre es ein super trade gewesen und ja somit würde ich sagen kommen wir auch direkt zum nächsten ja das nächste pattern schaut wie folgt aus und nennt sich im schulter kopf schulter und im endeffekt sieht es einfach beziehungsweise hat den namen daher dass es ausschaut als wäre es erstmal eine schulter von einem menschen dann der kopf der weiter nach oben geht und dann die andere schulter und somit sagen wir schulter 1 kopf und schulter 2 und wir wissen beziehungsweise die wahrscheinlichkeiten sind auf der seite dass bei der zweiten bewegung der breakout kommt andersrum geht es natürlich genauso wenn wir hier die schulter haben den kopf und dann wieder die schulter wissen wir der breakout kommt wahrscheinlich in die richtung und somit ist es sehr relativ einfach zu definieren wann wir einsteigen möchten das ding ist nur dieses pattern ist relativ schwer zu erkennen und braucht schon etwas mehr erfahrung um zu definieren ob es ein gutes oder schlechtes pattern ist und ja schauen wir uns wieder zwei beispiele an das erste habe ich uns auch direkt hin gelegt und dann besprechen das ganze doch mal wie wir sehen wir beachten dass hier jetzt mal nicht diesen bereich wir hatten hier einen kleinen trend der nach oben ging und dann haben wir hier die erste schulter gebaut wichtig zu wissen ist die schulter ist dann die resistenzzone wie wir sehen kann man auch hier die käufer rein in diesem preisbereich und das hier wird dann erstmal zur resistenzzone merkt euch das somit haben wir dann die schulter gebaut den kopf gebaut und als wir dann hier runter gekommen sind haben wir gesehen okay es könnte passieren dass wir jetzt ein schulter kopf schulter muster aufbauen haben hier dann nochmal die schulter aufgebaut und was wir dann sehen ist dass hier in diesem preisbereich wo auch die tochter waren wo der abgelehnte preisbereich definiert ist wie der käufer reinkam die probiert haben den markt hoch zu drücken allerdings haben diese es nicht geschafft sich hier zu stabilisieren und den markt wieder hoch zu drücken sondern wir hatten wie eben gerade beschrieben einen breakout durch diese zone durch und somit können wir natürlich diesen breakout hier traden und wissen okay diese zone hier wo eben gerade die käufer waren die wird jetzt zu einer support zone bzw resistance zone denn sie war ja gerade in support zone zeichnen wir uns diese mal weiter ein und schauen was dann passiert wir nehmen uns hier diesen bereich der abgelehnt wurde hier und schauen mal okay interessant als wir dann hier durchbrochen sind uns dann wieder stabilisiert hatten und einen pullback hatten dieses muster hier ist der große pullback im endeffekt sehen wir okay hier wurde wieder verkauft es gab keine preis interesse und der markt wurde wieder runter gedrückt und somit wissen wir dass diese zonen dann auch wieder umgekehrt als resistance oder support dienen und das ist sehr einfach zu erkennen und deswegen ist es auch ein super petter das zweite beispiel kommt jetzt ein weiteres beispiel sehen wir jetzt hier und ich denke dass jeder der das jetzt verstanden hat und auch sich schon ein bisschen damit befasst hat bzw. jetzt das erste beispiel gesehen hat erkennen wird wo dieses beispiel ist nämlich genau hier zeichnen wir uns das ganze doch mal ein und versuchen es nochmal gut zu identifizieren wir sehen hier die erste schulter die gebildet wurde wir kamen wieder hoch haben den kopf gebildet und dann haben wir auch wieder die zweite schulter gebildet wieder ist hier unten in diesem beispiel die resistance zone und wieder sehen wir einen starken break out natürlich kamen diese break outs nicht ohne grund denn hier drunter liegen ja die ganzen stops und wenn wir hier runter krachen werden diese aktiviert und liquidiert und somit kommt es dann erstmal zu einem schnellen push nach unten somit ist es also relativ sicher wenn wir hier so ein muster sehen dass diese hier diese break outs haben und zwar genau unter diesen schulter bereichen sollten wir diese durchbrechen somit ist ein super petter um einfache trades mitnehmen zu können es lässt sich natürlich sagen die level 2 daten sollten trotzdem verarbeitet werden um nochmal sicherer zu werden allerdings ist es ein schönes pattern wie gesagt dieses ist immer etwas schwieriger zu erkennen und es braucht ein geschultes auge ich denke nicht jeder würde das im live beispiel sehen wenn der markt sich auch wirklich bewegt dass wir hier gerade so ein pattern ja bilden allerdings wie gesagt muss man das auge schulen und dann kommt das mit der zeit und ist auch super hilfreich genau ja ich hoffe dir hat das video gefallen und dass du auch einiges entnehmen konntest natürlich lässt sich sagen dass man rein durch das chart trading nicht erfolgreich wird wir brauchen noch viele andere daten die wir verarbeiten und zwar die level 2 daten sei es jetzt hier wie in diesem beispiel ein volumen profil oder den footprint chart um zu schauen was innerhalb dieser kerze passiert das bringen wir alles bei uns in der ausbildung bei wenn du also gerne das trading richtig erlernen möchtest dann lass erstmal gerne ein like und ein abo da und bewerb dich doch sonst gerne auf unserer internetseite ich lass dir den link hier mal einfliegen und ich freue mich dich im team willkommen heißen zu dürfen und wir sehen uns und hören uns dann bis dann die Vielen Dank.